Mein Name ist Anne Ressel, ich bin evangelische Pfarrerin in der Mannheimer Innenstadt. Viermal im Jahr gestalte ich hier mit katholischen Kollegen eine ökumenische Trauerfeier für die Menschen, denen keine eigene Trauerfeier nach ihrem Tod zuteil wurde. Uns ist es wichtig, dass diese Menschen in ihrer Würde noch einmal mit Namen genannt werden und verabschiedet werden können und dass die Angehörigen, Verwandten, ferneren Verwandten, bekannten Nachbarn eine Möglichkeit haben, von den Menschen, die sie jetzt vermissen, in einem stilvollen und würdevollen Rahmen Abschied zu nehmen. Viermal im Jahr bieten wir an, dass Menschen sich hier verabschieden können in einer ökumenischen Trauerfeier.